Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Korrelation zwischen Kühlmitteltemperatur und Motorkühlmitteltemperatur. Was bedeutet das? Dieser generische Fehlercode für die Antriebsstrangdiagnose DTC gilt normalerweise für viele OBDI-Fahrzeuge, das mag viele Autohersteller einschließen, aber anekdotisch scheint dieser DTC bei Chevrolet, Chevy und Fauxhall-Fahrzeugen häufiger vorzukommen, Jedes Mal, wenn ich mit der Diagnose eines Codes P00B6 konfrontiert wurde, hat das Antriebsstrangsteuermodul PCM eine Diskrepanz in den Korrelationssignalen zwischen dem Kühlmittel-Kühlmitteltemperatursensor und dem Motorkühlmitteltemperatursensor ECT. Festgestellt, um sicherzustellen, dass das Kühlmittel wie vorgesehen zwischen dem Kühler und den Motorkühlkanälen fließt, wird die Kühlmitteltemperatur im Kühler manchmal im Vergleich zur Kühlmitteltemperatur im Motor überwacht. Das ECT-Sensor-Design besteht normalerweise aus einem Wärmewiderstand, der in ein hartes Harz getaucht und in einem Metall- oder Kunststoffgehäuse versiegelt ist. Messing ist aufgrund seiner Haltbarkeit das beliebteste dieser Gehäusematerialien. In den meisten Fällen ist der ECT-Sensor mit einem Gewinde versehen, so dass er in einen Kühlmitteldurchgang im Ansaugkrümmer, Zylinderkopf oder Block des Motors eingeschraubt werden kann. Der Wärmewiderstand im ECT-Sensor nimmt ab, wenn sich das Kühlmittel erwärmt und darüber fließt. Dies führt zu einer erhöhten Spannung des ECT-Sensor-Schaltkreises am PCM. Wenn der Motor abkühlt, steigt der Sensorwiderstand und die Spannung des ECT-Sensor-Kreises zum PCM wird dadurch verringert. Das PCM erkennt diese Spannungsschwankungen als Änderungen der Motorkühlmitteltemperatur. Die Strategie zur Kraftstoffzufuhr und zum Zündzeitpunkt gehört zu den Funktionen, die von der tatsächlichen Motorkühlmitteltemperatur und den Eingangsdaten des ECT-Sensors beeinflusst werden. Der Kühlmitteltemperatursensor überwacht die Kühlmitteltemperatur auf die gleiche Weise wie der ECT-Sensor. Es wird normalerweise in einen der Kühlertanks eingesetzt, kann aber auch in einen unter Druck stehenden Kühlmittelbehälter eingebaut werden. Wenn das PCM Spannungssignale vom ECT-Sensor und vom Kühlmitteltemperatursensor erkennt, die sich um mehr als den maximal zulässigen Parameter voneinander unterscheiden, wird ein Code P00B6 gespeichert und eine Störungsanzeigelampe leuchtet möglicherweise auf. Für die Mielbeleuchtung können mehrere Fahrzyklen mit einem Fehler erforderlich sein. Ein Beispiel für einen Kühler-Kühlmitteltemperatursensor. Was ist der schwere Grad dieses DTC? Da die Eingabe des ECT-Sensors für die Strategie der Kraftstoffzufuhr und des Zündzeitpunkts von entscheidender Bedeutung ist, sollten die Bedingungen, die zu einem gespeicherten Code P00B6 beitragen, dringend behandelt werden. Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P00B6 Motorkodes können gehören, übermäßig fetter Auspuffprobleme mit dem Fahrverhalten schlechte Leerlaufqualität schwerwiegend verminderte Kraftstoffeffizienz. Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Ursachen für diesen Motorkode können sein, ECT-Sensor defekt Kühlmitteltemperatursensor des Kühlers defekt unzureichender Kühlmittelstand Kurzschlüsse oder Unterbrechungen oder Steckverbinder fehlerhafter PCM oder PCM-Programmierfehler. Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P00B6? Es sollte versucht werden, sicherzustellen, dass der Motor mit Kühlmittel gefüllt ist und nicht überhitzt, bevor versucht wird, gespeicherte Codes für ECT-Sensoren zu diagnostizieren. Bevor sie fortfahren, muss der Motor mit dem richtigen Kühlmittel gefüllt sein und darf unter keinen Umständen überhitzen. Zur Diagnose eines Codes P00B6 sind eine zuverlässige Fahrzeuginformationsquelle, ein Diagnosescanner, ein digitales Volt-Ohmmeter, DVOM und ein Infrarotthermometer mit Laserpointer erforderlich. Eine Sichtprüfung der Verkabelung und Anschlüsse des ECT-Sensors und des Kühlmitteltemperatursensors des Kühlers sollte Ihr nächster Schritt sein. Wenn der Motor nicht überhitzt, bereiten Sie sich darauf vor, alle gespeicherten Codes abzurufen und Bilddaten einzufrieren, indem Sie den Scanner an den Fahrzeugdiagnoseanschluss anschließen. Wenn diese Informationen abgerufen wurden, notieren Sie sie, da dies hilfreich sein kann. Wenn Sie mit der Diagnose fortfahren, löschen Sie anschließend die Codes und testen Sie das Fahrzeug, um festzustellen, ob der Code zurückgesetzt wurde. Ihre Fahrzeuginformationsquelle liefert Ihnen Schaltpläne, PIN-Belegungstabellen für Steckverbinder, Spezifikationen für Komponententests und Steckverbinderansichten. Diese Dinge helfen Ihnen, einzelne Schaltkreise und Sensoren mit dem DVOM zu testen. Testen Sie einzelne Systemschaltungen mit dem DVOM erst, nachdem das PCM und alle zugehörigen Controller getrennt wurden. Dies schützt vor Schäden am Controller. PIN-Belegungsdiagramme und Schaltpläne für Steckverbinder sind besonders hilfreich, um die Spannung, den Widerstand und oder den Durchgang einzelner Schaltkreise zu testen. So testen Sie den Kühler-Kühlmittel-Temperatursensor und den ECT-Sensor. Suchen Sie die richtigen Komponentenprüfverfahren, Spezifikationen und den Schaltplan aus der Fahrzeuginformationsquelle. Trennen Sie den zu Testenden-Sensor. Stellen Sie den DVOM auf die Ohmeinstellung. Verwenden Sie die DVOM-Testleitungen und Ihre Komponenten-Testspezifikationen, um jeden Sensor zu testen. Jeder Sensor, der nicht den Herstellerspezifikationen entspricht, sollte als defekt angesehen werden. So prüfen Sie die Kühlspannung und den ECT-Sensor des Kühlers auf Referenzspannung und Masse. Verbinden Sie bei eingeschaltetem Schlüssel und ausgeschaltetem Motor. KOEO Die positive Messleitung des DVOM mit dem Referenzspannungsstift jedes Sensorsteckers. Testen Sie jeweils einen Sensor. Verwenden Sie die negative Messleitung, um den Erdungsstift des selben Steckers zur gleichen Zeit zu prüfen. Prüfen Sie die einzelnen Sensoranschlüsse auf Referenzspannung, normalerweise 5 Volt, und Masse. So testen Sie die Signalspannung des Kühler-Kühlmittel-Temperatursensors und des ECT-Sensors. Schließen Sie die Sensoren wieder an. Prüfen Sie den Signalstromkreis jedes Sensors mit der positiven Messleitung des DVOM. Die negative Messleitung muss an den Erdungsstift des selben Steckers oder an eine bekanntermaßen gute Motor-Batteriemasse angeschlossen werden. Verwenden Sie das Infrarotthermometer, um die tatsächliche Kühlmitteltemperatur an jedem der Sensoren zu überprüfen. Sie können entweder das Temperaturspannungsdiagramm in der Fahrzeuginformationsquelle oder die Datenanzeige auf dem Scanner verwenden. Um festzustellen, ob jeder Sensor ordnungsgemäß funktioniert, vergleichen Sie die tatsächliche Spannung, Temperatur mit der gewünschten Spannung. Temperatur jeder Sensor sollte die tatsächliche Kühlmitteltemperatur oder Spannung widerspiegeln. Wenn dies nicht der Fall ist, vermuten Sie, dass es fehlerhaft ist. Testen Sie einzelne Signalstromkreise am PCM-Anschluss, wenn die einzelnen Sensorsignalstromkreise den korrekten Spannungsgrad am Sensoranschluss widerspiegeln. Dies kann mit dem DVOM erfolgen. Wenn das am Sensoranschluss erfasste Sensorsignal im entsprechenden Stromkreis des PCM-Anschlusses nicht vorhanden ist, besteht ein offener Stromkreis zwischen dem betreffenden Sensor und dem PCM, erst wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind und alle Kühlmitteltemperatur und ECT-Temperatursensoren und Kreise innerhalb der Spezifikationen liegen, können Sie einen PCM-Fehler oder einen PCM-Programmierfehler vermuten. Das Auffinden von Technischen Service-Buildtanks, TSB, die für die Fahrzeugmarke und das Modell, die gespeicherten Symptome und Codes gelten, kann Ihnen bei Ihrer Diagnose helfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017